Bass Shake Effekt, heute mal ohne Keyframes, einer der häufigsten genutzten Effekte in deinen Musikvideos, Gaming Montages, Hochzeitsvideos, ähm, streicht das letzte, aber ich zeig dir wie es geht, auf geht's. Okay, in DaVinci Resolve habe ich hier meinen Clip, das suche ich mir aus der Effekt Library unter Effects einen Adjustment Clip raus und lege den einfach über meinen Clip. Dann gehe ich in den Adjustment Clip in Fusion. Und hier in Fusion möchten wir uns zuallererst mit Shift Space eine Transform Note raussuchen. So, und die möchten wir hier einfügen. So, und damit die Transform Note nachher, wenn wir sie hier jetzt so wild rumverschieben, keine leeren Ecken und Kanten hinterlässt, möchten wir zuallererst die Edges hier auf Mirror stellen, damit Mirrors unser Bild. Okay, und jetzt möchten wir hier bei Center mit Rechtsklick draufklicken, Modify With und dann Perturb auswählen. Und was der Perturb Modifier macht, der sagt, nimm das Standard Value, also 0,5 und 0,5 und bewege es random hin und her. Und das sieht noch gar nicht wie ein Shake aus, deswegen ist die erste Amtshandlung hier, die Speed auf 15 zu stellen. Und damit haben wir schon mal etwas, was crazy hin und her geht. Und da müssen wir jetzt auf jeden Fall die Strength weiter runternehmen. Aber wir wollen ja, dass es am Anfang stark ausschlägt und zum Ende hin abflacht, damit wir wieder ganz normal unser Video haben. Und das machen wir mit dem NM Curves Modifier. Dazu klicke ich hier in dem Perturb Modifier bei Strength mit Rechtsklick drauf, Modify With NM Curves. Und in dem NM Curves Modifier möchte ich zuallererst von Transition auf Duration umstellen. Und jetzt möchten wir folgendes machen, wir möchten die Scale auf den Wert setzen, den wir haben wollen, zum Beispiel 0,3. Und wir möchten hier auf Invert klicken. Damit sagt es sich, gehe von 0,3 auf 0 runter. Und das Coole ist, wir können das jetzt auch noch easen. Also wenn wir jetzt hier noch ein Easing eingeben, sowas wie Quad und am Ende auch nochmal ein Quad Easing, wird es am Anfang noch länger stark sein und am Ende sich die langsam auspegeln. Okay, bis jetzt zittert es nur doof, aber wir brauchen noch Blur. Und das können wir ganz einfach bewerkstelligen, indem wir hier wieder zurück auf Tools gehen, also in unsere Transform Node und unter Settings Motion Blur aktivieren. Und bam, haben wir Blur. Und wenn wir jetzt zurück in die Edit Page gehen, dann haben wir jetzt hier den Adjustment Clip, den wir auf jeden beliebigen anderen Clip mit Alt drüberziehen können und die Länge anpassen. Und somit ist unser Bass Shake Effekt fertig. Und das Coole ist, ich habe dir sogar ein kleines Preset Pack gemacht mit diesem Bass Shake und mit vielen anderen Presets, Flickereffekten, all das, was du im Intro gesehen hast, kannst du dir for free unten in der Beschreibung downloaden. Viel Spaß damit, Kameramagia und keep shaking! Tschüss! 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 Vielen Dank.